Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie herzlich zu einem kurzen Update begrüßen. Der Abbruch der Jamaika-Koalitionsverhandlungen in Deutschland, das ist natürlich das beherrschende Thema in den Medien und mit Sicherheit auch in den nächsten Tagen in der Diskussion. Wir wollen uns kurz anschauen, welche Auswirkungen auf die Kapitalmärkte respektive für die Anleger daraus resultieren. Zunächst sollten wir uns klar machen, dass die wirtschaftliche Aktivität in Deutschland momentan in vielen Bereichen auf einem historisch hohen Niveau ist. Wir sehen eine sehr positive Stimmung, wir sehen niedrige Arbeitslosenquoten, regelmäßige Umfragen unter den Wirtschaftstreibenden zeigen hervorragende Ergebnisse. Und wenn wir hier mal auf den IFO-Geschäftsklima-Index schauen, dann sehen Sie in blau dargestellt die aktuelle Lage, da sehen Sie schon ein exorbitant positives Niveau und in rot sehen Sie die Erwartungen für die nächsten sechs Monate. Für was ich Sie sensibilisieren möchte, das ist vor allem diese Differenz zwischen der Einschätzung zur aktuellen Lage und den zukünftigen Erwartungen. Und wir stellen fest, dass diese Differenz auf einem durchaus sehr hohen Niveau ist. Das heißt, die Unternehmen werden befragt, wie sie die aktuelle Lage einschätzen. Man äußert sich sehr positiv. Und wenn man dann gefragt wird, naja, wie sieht es in sechs Monaten aus, dann heißt das, oh, da wird es ein bisschen schlechter werden. Einen Monat später werden die Unternehmen wieder befragt, wie schätzen sie es ein. Und wir sehen das gleiche Bild. Ja, aktuelle Lage ist super, aber die Erwartungen sind etwas skeptischer. Ich glaube, das ist ein Punkt, den wir uns klar machen müssen, dass wir in vielen Fällen positiv überrascht wurden. Das trifft nicht nur Deutschland, das trifft auch die wirtschaftliche Entwicklung in der Eurozone. Wir haben bisher kein Auseinanderbrechen der Eurozone gesehen. Wir haben strukturelle Erholungen gesehen, wohl wissend, dass die langfristigen Probleme nicht gelöst sind und dass noch viel Sprengstoff in den aktuellen Problemen auch liegt. Nichtsdestotrotz, Deutschland brummt. Und wenn wir uns klar machen, dass ja das alles, was wir hier finanzieren, aus den Steuern und Sozialversicherungen extrahiert wird, die die Arbeitnehmer, die Berufstätigen, alle, die ja hier entsprechend zum Bruttosozialprodukt beitragen, das hier generieren, dann müssen wir ganz klar sagen, auch wenn Jamaika nicht zustande kommt und wenn wir nun über Neuwahlen diskutieren oder über Minderheitenregierung der Wirtschaft, wird das wahrscheinlich nichts haben. Was ist der Grund? Nun ja, wir haben in Deutschland viel zu niedrige Zinsen. Wir haben in Deutschland die Situation, dass wir zumindest noch das produzieren, was am Weltmarkt nachgefragt wird. Dass wir solide Unternehmen haben, dass wir einen Mittelstand haben, um den uns die ganze Welt beneidet. Und dieser Mittelstand, der ist natürlich verärgert über das, was hier aktuell auf der politischen Ebene passiert. Aber die haben operativ ganz andere Themen, bis hin zum Thema Erbschaftssteuerreform, was ja letztendlich eine Substanzbesteuerung für die Unternehmen bedeutet. Im nächsten Schritt schauen wir mal auf das globale Umfeld. Und auch hier sehen Sie schon, das Wirtschaftswachstum für 2017, da sind wir wirklich auf soliden Niveaus. Insgesamt die Welt, naja, wächst um 3,6 Prozent. Die Erwartungen für 2018 sind auch auf einem sehr soliden Niveau. Teilweise geht man sogar von 4 Prozent im globalen Wachstum aus. Also alles in allem, wenn Sie sich das anschauen, die Welt wird wirtschaftspolitisch nicht untergehen. Und für ein Land wie Deutschland, das eben sehr, sehr stark von der globalen Weltwirtschaft abhängt, in das durchaus gute Nachrichten. Also vereinfacht gesprochen, auch wenn die Politik hier wieder nicht in der Lage ist, die Rahmenbedingungen zu verbessern. Die Industrie und die Wirtschaft haben es bisher immer noch geschafft, das Beste aus diesem Rahmen zu machen und eben hier entsprechend alles positiv in die richtigen Richtungen zu bewegen. Auch die Thematik, wird denn der Kapitalmarkt jetzt reagiert? Nun ja, eigentlich ist nichts groß passiert am Kapitalmarkt. Und auch ja, Deutschland wird seine Schulden weiterhin bedienen können. Ich habe Ihnen hier mal die 10-jährige deutsche Staatsanleihe mitgebracht. Sie sehen es, die ging jetzt ein bisschen runter von der Rendite, also die Kurse gestiegen. Typisches Zeichen für eine kleine Verunsicherung. Aber schauen Sie sich die Skalierung bitte am rechten Rand an. Da reden wir immer in Nullkommaschritten. Also alles in allem, Deutschland ist auch weiterhin solide am Kapitalmarkt, finanzierbar. Niemand muss sich Gedanken machen, dass wir auf einmal kein Geld mehr bekommen, weil die Regierungsbildung sich hier schwierig darstellt und vielleicht auch noch weiterhin vor gewissen Problemen stehen könnten. Was heißt das für Anleger am Ende des Tages? Es gibt keinen Grund, aufgrund den gescheiterten Jamaika-Verhandlungen von seiner Anlagestrategie abzuweichen. Wenn Sie eine Anlagestrategie haben, die sinnvoll hergeleitet ist, die ihren persönlichen Referenzen entspricht und die vor allem auch handwerklich sauber umgesetzt wurde, dann gibt es hier wirklich keinen Grund für Aktionismus. Warum wir uns als Anleger dennoch nicht zurücklehnen sollten, das habe ich Ihnen hier nochmal in der Übersicht entsprechend mitgebracht. Zum einen das Thema Zinsen. Ohne Zinsen kann eine zinsbasierte Altersvorsorge nicht funktionieren. Die Schäden, die hier entstehen, respektive in den letzten Jahren entstanden sind, die haben viele noch gar nicht realisiert. Also hier heißt es wirklich, alle Produkte, die der Altersvorsorge dienen, mal auf den Prüfstand zu stellen und insgesamt die Altersvorsorgeplanung mal mit einem Update zu versehen. Im zweiten Schritt, die Besteuerung von Investmentfonds wird ab dem 01.01.2018 neu geregelt. Auch das ein Thema, das sich jeder anschauen sollte. Nicht nur, wenn Sie Fonds haben, auch Inhaber von Aktien und Anleihen sollten hier durchaus mal nachprüfen. Vielleicht bekommt man für die gleichen Kapitalmarktrisiken zukünftig in der Investmentfondhülle bessere Renditen nach Steuer gerechnet als mit der direkten Kapitalanlage. Im nächsten Schritt haben wir noch das Thema sehr starke Preisentwicklung an den Kapitalmärkten seit der Finanzkrise. Viele haben vor 2009 nochmal ordentlich in Wertpapiere investiert. Grund damals Einführung der Abgeltungssteuer. Seitdem haben sich die Märkte sehr positiv entwickelt. In vielen Fällen stimmen die Depotstrukturen nicht nur mit der finanziellen Risikobereitschaft und der Lebenssituation überein. Und hier kommt es insbesondere auch zu gewissen Klumpen und Konzentrationsrisiken aufgrund der Entwicklung, die wir hier jüngst gesehen haben. Grundsätzlich darf auch das positive Ergebnis an den Märkten nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir viele Probleme haben. Strukturell ist vieles nicht gelöst. Und die Themen Globalisierung, Digitalisierung, die werden für gesellschaftliche Herausforderungen sorgen. Also alles in allem auf vielen Ebenen viel zu tun. Aber ich glaube es ist besser sich auf seine eigene Mikroebene jetzt im nächsten Schritt zu konzentrieren. Einige Beispiele habe ich Ihnen gegeben, anstatt sich auf der Makroebene über die Politik aufzuregen. Ich glaube das führt zu nichts. In diesem Sinne darf ich Ihnen einen schönen Tag wünschen. Und sofern Sie weitere Fragen haben, Rückfragen, Feedback oder ähnliches, können Sie die gewohnten Kommunikationskanäle nutzen. Ich darf Ihnen nochmal für die Aufmerksamkeit bedanken. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen. Bis bald.